Shalom liebe Leute, für diejenigen, um die man sich Sorgen machen muss, die im Jahr genannt 2019 noch immer nicht sind, Schleier, Irrwahn und Blindheit sind real, die flache Erde, ja in wenigen Minuten kommen wir hier zur Sache, natürlich Pluto und Pluto, tja, das rote Auto weltweit exklusiv, es ist überall, so auch hier im Kino und ein rotes Auto auch im Weltall, nicht wahr? Und Elon Musk sagte noch, es wirkt so surreal, tja, die NASA arbeitete mit Disney, wie in den satanischen, perversen Disney-Kartons SEX in den Wolken, auf den ersten Bildern der NASA, die die Welt von außen zeigen soll, nicht wahr? Es ist eh immer alles CGI, zufällig, wenn es um die Evolutionstheorie, für die es gar keinen einzigen Beweis gibt und um den Globus geht, haben wir immer die reine Blasphemie und solche Auffälligkeiten, nicht wahr? Tja, NASA arbeitete mit Disney, hier Pluto, Pluto, ja, Pluto, der Hund, war glaube ich etwas eher da als die Bilder vom Planeten, sie arbeiteten mit Experten für Bewusstseinskontrolle der Massen, mit Nazis zusammen, nicht wahr? Ja, liebe Leute, hier, Disney SEX, die Challenger-Mission, ja, sie seien tot, dann tauchen sie wieder auf, oder nicht? NASA ist hebräisch für Täuschung, ihr habt das Logo, es ist de facto freimaurerisch, Freimaurer bei der NASA, ja, Alex Gerst via Gematria heißt Devil, Teufel, auf einem ihrer ersten Dokumente steht, die Erde ist stationär. Liebe Leute, noch Fragen, die Spielfiguren der Pyramid-Spitze des Systems, 666, Buzz Aldrin Freimaurer, wie so viele bei der NASA, nicht wahr? Er reagiert ja äußerst aggressiv, ja, weil sie gar kein Argument haben, fragt man sie nach etwas, er schlug auf jemanden ein, nicht wahr? Auch seine, ähm, sein Spiel mit der Mimik, als Trump sagte er wolle zum Mars, sehr suspekt, wacht und deckt auf. Liebe Leute, lest Herrscher des Bösen, Eftar Persorsi, ja, Freimaurer, Disney, NASA und sie setzen eigentlich nur um, was Jesuiten zuvor zeigten, nicht wahr? Der Globus und so weiter, natürlich Einstein für viele geistig behindert, naja, liebe Leute, aber ihr seht es, ja, als noch nicht Barack Obama mit acht ehemaligen Präsidenten verwandt war, wir die Bilderberger Zeitung, Atlantikbrücke, Bohemian Grove, Triliterale Kommission und all das überall hatten, ja, mit Donna Lady Gaga Cousinen, Stammbaum geht es weiter zu Angelina Jolie, die zugibt, dass sie eine Schlange opfern musste, sie verwandt mit Ellen DeGeneres, Ava Levine und so weiter, nicht wahr? Justin Bieber, Celine Dior, Brad Pitt mit seinem Freimaurer Ring, auch mit Obama, äh, verwandt, ich bin kein Rassist, Faschist, äh, ich bin gegen geheimes Christus, sprach nichts im Geheimen, was er bei Nacht und so erflüsterte, sollte bei Tag von den Dächern gerufen werden, ja, und als es noch diese freien Wissenschaftler gab, war über Jahrtausende hinweg das Ding immer flach, das Ding ist flach, 100% der FHKT oder nicht, die Bibel zeigt es hier und hier und da und dort, die Anspielungen in den Medien, Simpsons, Kubrick checkt es aus und hier solche, das sind eure Vorbilder, KMM, MKUltra, Karl Mnock zeigt euch hier, diese, ähm, Dinge ist das purer Hohn, liebe Leute, hier im Weltall, ja, mit diesen Farben und so weiter, und hier, äh, 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 da ist eine Nummer vermerkt und so heißt auch ein Auto von Tesla, nicht wahr? Und von Tesla haben sie ja die ganze Technologie recherchiert, ich berichtete. Zufällig kann das Globus-Modell nicht als Miniatur-Modell nachgebaut werden, die Grafikfehler, äh, sind da, die Livestreams voller Grafikfehler bohren am Uranus. Astrology, liebe Leute, checkt sie OpenSquare noch Fragen und dafür gehen die Milliarden raus, da möchte euch, ähm, die Regierung etwas Gutes, NASA, äh, Punkt, GOV-Government, die Regierung kommt von Gott, sie ist nicht gerecht. Liebe Leute, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Shalom.